Willkommen, ich möchte Ihnen nun die Funktionsweise des Entertain-Programmmanagers präsentieren. Dies ist eine kleine App für Ihr Smartphone, sodass Sie auch von unterwegs Ihre Aufnahmen programmieren können, falls Sie beispielsweise Ihren Lieblingsfilm vergessen haben. Sie sind unterwegs bei Freunden und möchten das zu Hause noch aufnehmen. Dann können Sie in der App auf das TV-Programm gehen, innerhalb des Live-Programms navigieren oder sich zum Beispiel ein anderes Datum auswählen. Ich bestätige das. Und gehe dann zum Beispiel in die Primetime hinein. Ich sehe hier einen Spielfilm auf Vox, der mich interessiert und kann hier sagen, den möchte ich aufnehmen. Die Aufnahme ist gespeichert, das wird mir hier bestätigt. Und kurz darauf sieht man das hier auch in den geplanten Aufnahmen des Media Receivers. Das wird mir hier bestätig. Ich muss aufnehmen, also aufpassen, dass du es einschsteht. Ich möchte in die Thursday-Karte anschauen, es gibt natürlich die Ich möchte mich beim Ingeleven kürten jetzt erwarten, alle 5-1-1-2-3-4-4-4-4-4-4-5-4-5-4-5-5-4-5-5-4-5-5-5-5-5-0-5-5-6-5.0 St.